Spannende Musik Sobald es nicht mehr gut ist, ich würde es gleich mal ein bisschen gewöhnen. Ich würde es nicht mehr gut machen, aber ich würde es nicht mehr machen. Das ist doch die schönste Frage, dass die Person nicht alle ist, das ist so. Das ist eine Frage und das ist mehr als die Meldungskonventionen. Diese, die Geräume, die das Adidas sind, wird unterliegt. Die Meldungskonventionen haben ungefähr 2.500 Kilogramm. Zu wenig, aber nicht. Das ist genug, ja. Die Meldungskonventionen haben jetzt eine Meldungskonventionen. Die Maschinen sind sehr einsetzbar und sehr verzeigen. Diese Maschinen sind alle auch gelenkt. Das heißt, der Faktor im Auto fragt, dass wir nach dem, äh, während der, äh, allerlös Lensystem ist wirklich so sehr geraten, wird jetzt in Wörn und bestimmt in der Maschine wird. Der Faktor ist nicht möglich, also mit der Abteilung der Maschine. Das ist nicht möglich, also mit der Abteilung der Maschine. Das ist nicht anders, sondern, wie gesagt, unser Faktor. Die Besonderheit unserer Schwader im Allgemeinen, die Seitenschwader, wir haben bei jeder Maschine eine Rechte, eine Schwadablage. Und zwar an diesem Grund, weil wir, die meisten eben Rechtssänder sind, und sämtliche Bedienelemente im Traktor rechts angebracht sind, das heißt, sämtliche Steuergeräte und so weiter, befinden sich rechts im Traktor. Und die Sitz, hat so eine rechte Sitzposition eingenommen. Und somit schau ich ganz bequem auf die rechte Seite auf den Schlaf. So, als Sie dort dazugekommen sind, dann im Kern der Service von der Prima Köppel, kommt gerade wieder mit seinem Kombination, also mit dem DSGB, Werkzeug umgebaut und jetzt quasi einen Schwader draus gemacht. Informationen zu dazu natürlich bei Ihrem Service, oder wenn Sie wollen bei Ihrem Befeuern, dass wir gar nicht in der Steine haben. Da sieht man jetzt auch sehr schön unsere vorkartanische Kreislaufhängung. Man sieht sie per Kreislauf, und kann sie mit den Treibendungen so nahe den Bodenunlebenheiten anpassen, und somit eine sehr gute Rechtsleistung erzielen. Sehr saubere, super verlustfreie Arbeit. Und auch hier, da muss ich einladen, nachdem das Gerät über die Wiese gefahren ist, einmal dann nahe an die Wiese zu schauen. Dann noch mal die Wiese zu schauen, wir sehen, dass sie nicht so einen besonderen Versandentrum zu haben. Aber dann noch mal die Wiese und die Wiese auf die Wiese. Dann noch mal die Wiese. Und dann noch mal die Wiese. Und ich finde, die Wiese zu den Ecken, ja. Und so fasziniert. So viel Stimmen. Jetzt noch mal die Wiese. Und dann noch die Wiese. Und dann noch mal die Wiese. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020